Herr Klettger wäre 44 Jahre alt geworden, groß ist Tochter Mathilda heute. Die Nachricht von Herr Klettgers Tod im Januar 2008 schockierte Fans auf der ganzen Welt. Der Schauspieler war im Alter von 28 Jahren an einer versehentlichen Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente verstorben. Seine gemeinsame Tochter mit Schauspielkollegin und Ex-Partnerin Michelle Williams. 42, war damals erst zwei Jahre alt. Am heutigen 4. April wäre der Hollywood-Star 44 Jahre alt geworden. Fotos, die Daily Mail vor wenigen Wochen veröffentlichte, zeigten Mathilda. 17, als Teenagerin in New York. Sie ist fast erwachsen und bereit, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Die 17-Jährige möchte mehr über ihre Wurzeln und ihren Vater, mit dem ihr viel zu wenig Zeit blieb. Erfahren. Laut Medienberichten plant sie daher einen längeren Aufenthalt in Australien. Der Herkunft des Schauspielers und Heimat seiner Familie, bevor sie aufs College geht. Sie selbst wuchs bei ihrer Mutter in den USA auf und wird von ihren Großeltern in Down Under deshalb liebevoll unsere kleinen New Yorkerin genannt, wie Herz Eltern einst enthüllten. Nach ihrem Highschool-Abschluss soll es für Mathilda laut des australischen Portals No Idea für ein Jahr nach Australien gehen. Um die andere Seite ihrer Herkunft zu verstehen. Sie möchte unbedingt ein Jahr Pause machen und nach Australien gehen. So ein Insider. Sie möchte Herzfamilie sehen und Zeit mit ihr verbringen, bevor sie sich an die ernsthafte Arbeit der Universität in Amerika macht. Anführungszeichen. Ihre Mutter Michelle, so heißt es, habe noch Vorbehalte, weil es einfach so weit weg ist. Mathilda verstehe die Bedenken ihrer Mutter zwar, habe jedoch ein großes Bedürfnis, die andere Seite ihrer Herkunft zu verstehen, so der Insider weiter. Herzfamilie hingegen soll von den Plänen der 17-Jährigen begeistert sein. Seine Eltern Sally und Kim Lecker pflegen bis heute ein enges Verhältnis zu ihr. Berichten zufolge übertrugen sie nach Herztod im Jahr 2008 sein gesamtes Vermögen im geschätzten Wert von 16,3 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 15,2 Millionen Euro, auf Mathilda. Wir werden, Mathilda, nächste Woche in New York sehen. Wir werden also ein paar Tage dort sein und sehen. Wie sie gewachsen ist, erklärte Herzmutter Sally 2018 gegenüber Uswikli. Wir bleiben in ständigem Kontakt mit Michelle und Mathilda und besuchen sie häufig. Anführungszeichen. Verwendete Quellen, Nividia.com.au, Daily Mail Cook. N-au avut haba. j34 private Jos primerici.com.au, Daily Mailbox. Gandia.com.au, Daily Mailbox. www.im weiterosos Your eserusten.com.au, Daily Mailbox.au, Daily Mailbox.au, Daily Mailbox.au.